Wir sind hier in Wunderschön. Wir sehen uns am nächsten Mal. Dann hoffen wir uns auf den Lodertaten zu holen. Ihr habt es in den Griff! So was? Ich weiß zwar nicht warum ihr gekommen seid, aber wenn ihr schon mal hier seid, lasst sehen was ihr drauf habt. Ich habe tatsächlich ein Review gesehen von... Nice? Ein Review von Nice? Hä? Verdammt, ein Review von Nice? Ne, ein Review von ähm... Da kann ich immer weg teuren... Ähm... Von Final Fantasy, den äh... 15. Neuen... Ähm... Mangem... Lizebücher Kanal hat, ich hab geguckt, so wie es sich gehört... Und ähm... 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 Ah, die gute... Wann lass mal so, so... Die gute Kollege, weil die YouTuber... Ich kann nur nicht persönlich sprechen und zwar... Ähm... Ähm... Und ja... Die heute hat ähm... Relativ gut gemacht... Äh, inna so... Ah, cool... Ehrlich gewischt ja, sie geht von Fantasy... Äh... Fünf... Fünf... Und z.T.P.P. Mehr war der Spiel muss da auch gucken, und doch tatsächlich ob eh... Ob eh... Ob eh... Ob eh... Ob eh... Ob eh... Wann ich... Ähm... 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 Ahn... Ähm... Ja, ähm... Ähm... Die heute hat ähm... Die heute hat ähm... Juste, wenn wir ehrlich sind, der neue Final Fantasy interessiert mich gut nicht. Da dachte ich mir so, wie ist das? Da tut nichts mehr Final Fantasy zu dir, aber nein, da tut nichts mehr Kingdom Hearts zu dir. Da muss ich sagen, ich will Mario oder sowas. Insofern, ich finde, es tut nichts mehr Final Fantasy zu dir. Für die Leute, die können schon 4 BG spielen, ihr werdet wahrscheinlich auch noch spielen. Aber ich denke mal so, weil es übrigens immer auch im Pferdisch, die cool Final Fantasy machen, so zu schlusten. Und, ähm, das war sowieso, ähm, was ich vielleicht nur schlecht machen, so mir aber. Sie bringt tatsächlich fertig, ähm, sie immer mehr in den Ruin zu treiben. Sie kennt tatsächlich vom System Wasch, äh, dass sie eben, ja, weil der Halles will neu herbeikriegen. Was auch, ja, ähm, gerechtfertigt, dass du, weiß ich, immer, ähm, irgendwie, äh, neue Clients zu kriegen. Aber, ähm, du, 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 du bist in einem Kammerzimmer, du bist klein. Ähm, 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 sorry, wenn sie keiner als neuer Spieler wirklich richtig klein kann. Und du denkst mir so, ne, das ist Kack, ähm, der tut erst mal im Final Fantasy, lieber Final Fantasy. Nee, ich schreibe Kingdom Hearts drüber und wird sehr wunderbar. Jetzt die Leute, äh, äh, vielleicht seid ihr tatsächlich eine Herausforderung. Ja, äh, also in drei Halteback. Und, ähm, es ist in der Meinung, dass ich etwas wie Kingdom Hearts schon keine Harz gespielt habe. Mehr schon tatsächlich, aber, ähm, ähm, äh, Olivia hat es gesehen, etc. pp. Video und wird Leute gespielt und, tatsächlich ist sie bei weitem kein Expert. Bei weitem nicht, weil ich noch nie gespielt habe. Aber, de Faktum aus, hat gesagt sich tatsächlich so unn. Denk, denk ich mal so, ähm. Man muss, äh, stattern, hund. Ah, du hast schon gedacht, das ist die Ehre, hei. Zertrupple kann. Und wohl schon Eiskegel machen. Und, ähm, die ganze Flaschen ist echt gut gegründet. Du denkst, aber dann... Määäh, echt da nicht. Der, das, ähm... Der hat sich auch ein bisschen gekackt. Eigentlich gesucht. Und deswegen, neue Final Fantasy. Määäh. Den, äh, Feierzehn. Den, äh, Real Reborn. Die waren auch nicht schlecht gewischt, du... Du, du, du kannst auch nicht, äh... Du hast echt viel, äh, meckern oder aussetzen. Aber... Ja, die waren da rein gewischt. Die war wirklich schön, die waren da rein. Die sind wirklich gut. Das war jetzt einig, das gewischt. Aber... Das war ja auch, wenn man nicht so viel erwähnt. Ähm... Du kannst nicht machen, tatsächlich, die Rune aufzunehmen. Du musst ein bisschen... ähm... ähm... äh... Dan kann man das auch nicht... Ja, ich wollte eigentlich scheinbar erklären, dass ich dir das mache. Und ich glaube, das kannst du auch hier schon finden. Du musst hier schon ein bisschen Action herabbringen. Und ja, das ist leider so. Aber um hier drüber zu kommen, würde ich den Review relativ gut gemacht. Ach, ich konnte mir nicht ganz fertig gucken, weil ich kann mal die Final Fantasy gucken. Ich muss nicht unterstützen, das ist natürlich eine ganze Sache. Und nicht relativ auf den Challenge. Ja, in Challenge, wenn ich hier bin, wenn ich hier bin, wenn ich hier bin, wenn ich hier bin, wenn ich hier bin. Und wenn du mich nicht so zu gucken, das ist sowieso nicht. Du brauchst dich nicht für etwas in Challenge, welche Review oder welche Meinung zu dir zu der Sache aus. Dafür musst du dich nicht in Challenge haben. Ähm, oh, wir sind da noch. Ähm, wie war ich in Challenge? Ich habe schon die ganze Zeit schon geführt. Du hast gesagt, wir haben dich in Challenge. Äh, was den Meinung hast. Auch von uns tatsächlich nur eingefixten. Das ist cool, wenn du. Aber du musst dich nicht in Challenge. Das ist ganz einfach. Ich in Challenge bin schon selten. Und mein Video für Sachen. Und wie und so. Und das ist das. Wir können doch einfach hier. Wir haben größte Ganzen. Ein Challenge beschnitt. Und mein Video für mein. Da hier. Trepplerfutti. Für mein. Ich habe die Sache gespielt. Und hier. Ich habe die Meinung aus. Ich habe die Meinung aus. Und. Die neue. Okay, cool. Und die neue. In der Final Fantasy. Den Anfangs. Äh. Trailer. Wo sie gewesen hatten. Und hier. Das ist ein bisschen Emo-Style. Also. So. 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 Ich habe schon den originalen Final Fantasy und den Kanal komplett durchgespielt, nicht zu 100 Prozent. Weil ich hier schon wie verpeult habe, beispielsweise Sachen und zeitliche Durchgänge. Nee, ich bin fertig gespielt. Das hat erzählt, das war mein Lieblingsprojekt gewischt. Und ja, was auch so. Ähm, ich will die Daten auch tatsächlich ein bisschen unterstützen wollen. Ich kann sie auch tatsächlich auch auf irgendeinem Channel gucken, komplett gucken, dass sie noch ein bisschen Videos kriegt. Wir gehen dann tatsächlich auch noch die... Komm, rüber. Ähm, na, genau jetzt. Die Omineis, ähm... Komm, schluss, du mal ganz, schluss, du es raus. Die Omineis, äh, 10. Am alten Tempel. Oder vergessenen Tempel, versuchenden Tempel. Wie gesagt, am alten Tempel, wo man tatsächlich dann die Omineis, 10. Die haben euch, ähm, eigentlich auch Matz, an ihm wohl auch nie Kommentar und euch so drauf gesetzt. Ähm, ja. Ja, ganz einfach. Und die Hunde ist cool von, äh, 10. Ach, die ist cool, äh, sie ist, ähm, sie ist präsentlos und sowieso. Deswegen ist mein Lieblings, äh, mhm, 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 mhm. Das glaube ich. Also, aber leider so. Jo, ein dummer da, äh, losländerisch. Dann gehen wir hier noch drüber. Ähm, ich meine, die kennt schon, dass der Typ löscht. Tschüssikowski, Arden und Herr. Tschüssikowski. Tschüssikowski, Arden und Herr. Vielen Dank.